Und 3, 2, 1 und wir sind live! Und hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir! Wenn du auch im Team Emily bist, dann zeige es mir gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und Freunde, heute gibt es wieder ein neues Roblox-Video mit Lamy! Oh yeah! Oh Lamy, ich muss sagen, du machst echt einen guten Job dahinter der Kamera! Natürlich, ich bin der beste Kameramann und jetzt die zweite Kameraperspektive und auf geht's und Action! Äh, also das Wetter wird heute ziemlich schön, also könnt ihr alle, alle rausgehen, tschüss! Perfekt, wir sind fertig mit der Arbeit und jetzt haben wir endlich Feierabend, Emily! Oh, sehr cool, Lamy! Und jetzt können wir noch richtig coole Sachen in diesem Laden machen! Ganz genau! Und ich habe eine Idee, Emily, wie wäre es, wenn du für 24 Stunden die ganze Zeit für alles Ja sagst? Äh, warte mal, und diesen Deal soll ich einfach so eingehen mit dir? Äh, warte mal, ich kriege einen Anruf! Hallo? Ähm, wer ist da? Ähm, Moment mal, ich muss kurz schreiben! Und ein Selfie! Äh, oh yeah! Warte mal, Lamy! Also, Lamy, ich gehe diesen Deal nur ein, wenn du auch mal 24 Stunden Ja sagst! Hm, wenn sich die Zuschauer das wünschen, dann machen wir das gerne! Oh, das werden die ganz bestimmt machen! Aber, oh, jetzt bin ich den Deal eingegangen! Hm, Moment mal, wer ruft mich da an? Oh, was? Emily soll Ballett tanzen? Da bin ich dabei! Ballett? Aber warte mal, Lamy, ich kann doch gar kein Ballett tanzen! Los, ich will ein Selfie machen, wo du Ballett tanzt! Äh, äh, aber, äh, was soll ich denn jetzt machen? Eine Pirouette oder sowas? Ach, tanz einfach los! Stell dich einfach hier vorne hin! Ich bin dein Tanzlehrer! Äh, okay, Lamy, bist du bereit für eine Runde Ballett von mir? Äh, Moment mal, jetzt bin ich bereit! Äh, okay, dann geht's jetzt los! Und, oh, 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 oh! Das mache ich ja ziemlich gut! Seit wann kannst du so gut Ballett tanzen? Äh, das weiß ich selber, um ehrlich zu sein, gar nicht! Aber ich kann es, Lamy! Und das sieht total toll aus! Hm, okay, ich sehe! Du kannst auf jeden Fall gut tanzen! Dann komm mal mit, Emily! Ich hab doch noch was anderes für dich! Okay, Lamy, aber was hast du denn für mich anderes? Ich habe ein bisschen Angst bei deinen Sachen. Komm mal zu mir. Du kannst auf jeden Fall gut tanzen. Aber du musst auf jeden Fall auch gut moddeln können. Moddeln? Oh, warte mal. Du musst dich jetzt auf jeden Fall ganz, ganz schick machen. Da hinten in der Garderobe. Und dann musst du erst mal für mich moddeln. Wie cool ist das denn? Das sieht ja total toll aus. Oh, das ist ein Traum jedes Mädchen. Alles klar. Dann zieh dich um, mach dich hübsch. Und dann musst du erst mal für mich ein Modelwalk machen. Okay, aber dann musst du jetzt doch gehen, damit ich mich umziehen kann, Lamy. Okay. So, Freunde, mein erstes Outfit ist fertig. Ich habe mich für ein Sommeroutfit entschieden für den Strand. Aber Lamy, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Du kannst rauskommen. Okay. Als erstes sehen Sie ein wunderschönes Sommeroutfit von mir. Oh, wie cool sieht das denn aus. Oh, danke schön. Das kann man am Strand tragen oder wenn man schwimmen geht. Und das ist wirklich ein richtiger Hingucker. Oh, dafür bekommst du von mir eine Trophäe. Oh, danke schön, Lamy. So, haben Sie einen Wunsch für das nächste Outfit? Hm, wie wäre es mit etwas Außergewöhnlichem? Außergewöhnlich? Okay, dann warte auf mich. Ich komme jetzt mit etwas richtig Außergewöhnlichen. So, Freunde, das ist mein nächstes Outfit. Ich muss sagen, das gefällt mir sogar besser als das erste. Was sagt ihr dazu? Und könnt ihr überhaupt erkennen, wer das ist? Mal gucken, was Lamy dazu sagt. Na los. Komm jetzt endlich raus. Ich warte. Oh, das ist mein zweites Outfit. Moment mal. Du bist Mario. Oh, ja, Lamy. Das sieht total süß aus. Auf jeden Fall. Und dafür müssen alle jetzt abonnieren und liken. Oh, ja, auf jeden Fall. Aber, Emily, das reicht jetzt auch mit der Modelshow. Ich glaube, ein gutes Model muss auch gut singen können. Deswegen geh mal auf die Bühne. Singen? Oh, Mann, oh, Mann. Hoffentlich kann ich auch singen. Okay, Lamy, mal gucken, ob du diesen Song errätst. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Oh, wie cool. Und welcher Song war das, Lamy? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, das war doch Pokémon, oder nicht? Hä? Pokémon? Was redest du denn da? Sehe ich aus wie Pikachu, oder was? Das war doch nur ein Spaß, Emily. Und welcher Song war das denn jetzt? Das war von Super Mario, natürlich. Oh, ja, ganz genau. Das ist mein absoluter Lieblingssong im Moment. So, dann würde ich sagen, Emily, steig mal ein in mein super cooles Auto. So, wir fahren jetzt irgendwo anders hin. Und dann müssen wir noch eine Challenge machen. Okay, Lamy, aber was hast du denn für mich vor? Also nichts Schlimmes, oder? Nein, nein, aber erst mal musst du für mich diesen Laden ausrauben. Los geht's, Emily, los. Warte mal, welchen Laden? Oh Gott, Lamy, was machst du hier? Ich möchte ein paar Äpfel und ein paar Snacks haben. Rauch den Laden aus. Okay, Snacks nehmen wir mit. So, das nehmen wir auch noch mit. Was wollte der noch haben? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Äpfel, äh, dann, äh, was willst du noch haben? Ein paar Snacks und ein paar Getränke, du weißt doch. Oh, okay, nehmen wir noch eine Pizza mit. Oh Gott, oh Gott. Schneller, ich glaube, die Polizei kommt schon. Oh, was? Wirklich jetzt? Oh Gott, oh Gott, ich muss hier ganz schnell rausgehen. Oh, fahr weg, Lamy. Los, oh Gott, oh Gott, oh. Aber Emily, was sollen wir wohl jetzt machen? Oh, Lamy, ich habe keine Ahnung, aber bitte nichts Schlimmes. Ich habe jetzt schon einen Laden ausgeraubt für dich. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal hier zur Schule und dann wirst du jetzt erstmal was Cooles machen und zwar... Äh, was denn? Ähm, Englischunterricht, findest du das nicht cool? Äh, das ist absolut gar nicht cool, Lamy. Äh, da esse ich lieber meine Pizza. Tschüss. Hey, du musst Ja sagen zu allem, was ich sage. Okay, ja, dann machen wir jetzt Englisch. Okay, gut, dann übersetz mir jetzt diese drei Wörter auf Englisch, okay? Oh, Lamy, du machst das doch extra. Du weißt doch, ich bin so schlecht in Englisch. So, ein Moment. Eins, zwei, drei und... Tada, diese drei Wörter musst du mir einmal ins Englische übersetzen, aber die Zuschauer müssten das auf jeden Fall auch in die Kommentare schreiben. Oh ja, Freunde, ich habe das letzte Mal unter Lamy's Video gesehen, dass ihr ja total die Englisch-Profis seid. Und, äh, weil ich total schlecht in Englisch bin, müsst ihr mir auf jeden Fall wieder in den Kommentaren helfen. So, äh, Lamy, also das erste ist Flasche. Hm, oh, ich weiß es. Aber ich weiß es nur wegen dem Botteflip. Oh, stimmt. Flasche heißt auf Englisch Botte. Oh, ja, ganz genau. Weißt du auch das zweite Wort Spiel? Hm, das weiß ich auch. Aber weißt du, woher ich das weiß? Äh, woher denn? Vom Game Master, weil Spiel heißt Game auf Englisch. Ganz genau. Und jetzt noch das letzte Wort, und zwar Essen. Essen, das ist doch total einfach. Das ist doch mein Lieblingswort. Das ist Food. Ganz genau. Du hast alles richtig. Abonnieren und liken nicht vergessen. Oh, jetzt brauche ich erst mal ein Reezus auf diesen Schock. Oh, warte mal. Nein, stopp. Du isst keine Schokolade mehr für den ganzen Tag. Für den ganzen Tag, Lamy? Das ist echt gemeint von dir. So, wir kommen jetzt zur nächsten Challenge. Los geht's. Oh Gott, oh Gott. Was hast du vor, Lamy? Na gut. Einmal Rückwärtsgang einlegen. So. Wir fahren jetzt erst mal zur Bank. Keine Sorge. Du musst sie nicht ausrauben. Aber, Emily, du musst jetzt dein ganzes Geld hier vom Automaten abheben. Äh, aber warum soll ich das denn machen, Lamy? Dann habe ich doch gar kein Geld mehr auf dem Konto. Hey, keine Widerfragen. Du musst jetzt erst mal das ganze Geld abheben. Äh. Alles, was du hast. Okay. Äh, Lamy, ich habe jetzt mein Geld abgehoben. Das ist wirklich alles, was ich habe. Oh, guck dir das mal an, wie cool. Oh, warte mal. Du kannst das Geld doch hier nicht so rumwerfen. Oh Mann, Emily, weißt du jetzt, was du mit diesem Geld machen wirst? Äh, nein. Vielleicht badest du da drin oder sowas. Ach, Quatsch. Sowas machen wir doch nicht. Du kaufst mir von dem ganzen Geld jetzt einfach mal ein Haus. Ich soll dir ein Haus kaufen? Oh, Lamy. Aber natürlich. Du bist doch total verrückt. Hm, ich glaube. Oh, genau. Hier möchte ich ein Haus haben. Oh, okay. Aber weißt du auch schon, welches Haus du haben willst? Hm, ein schönes Haus. Oh, Lamy. Dein Haus ist gekauft. Das ist so riesig. Ich glaube es gar nicht. Moment mal. Ich drehe mich um und... Alter, was ist das denn für ein abgefahrenes Haus? Oh, das müssen wir uns unbedingt von innen angucken. Oh, da steht sogar mein Name drauf. Wie cool. Lamy, das ist total schief und schräg. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja mal abgefahren. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Erstmal Hände waschen, Emily. Du auch. Okay, Lamy. Aber warte mal. Das Haus ist unglaublich cool. Ganz genau. Alter, was geht denn hier ab? Hier ist das Badezimmer. Moment mal. Was ist das denn? Hier ist ein Loch. Ah. Alles gut. Wow. Jetzt sind wir in der Garage gelandet. Oh, warte mal. Wir haben sogar einen Pool. Wow. Wie cool ist das denn? Alter, ist das abgefahren? Wir müssen nach ganz oben. Okay, Emily? Warte mal, Lamy. Guck dir diesen Master Grill an. Guck dir mal diesen Rasenmäher an. Wie cool. Oh, wow. Da sind... Ey, warte mal. Du, was machst du denn da? Haha. Und ab ins Wasser mit dir. Oh, oh, Lamy. Du bist echt gemein, muss ich sagen. Aber Emily, wir haben noch nicht alles gesehen. Wir müssen erstmal nach ganz oben klettern, okay? Okay. Upsi. Falsche Seite. So, ich bin so gespannt, was noch alles kommt. Oh, hier ist noch ein Schlafzimmer. Okay. Für Leo oder Le... Ja, kann das sein. Und... Oh, ja, noch eins. Gute Nacht. Warte mal, steh auf. Wir haben doch noch nicht das ganze Haus gesehen. Oh, oh, oh. Nochmal Hände waschen. Äh? Oh, hier haben wir eine richtig schöne Aussicht auf Brookhaven. Alter, wie cool. Oh, Mann. Ey, warte mal. Wir können hier einfach oben auf unser Haus rumklettern. Du hast recht. Das ist ja total der Spielplatz. Oh, oh, oh. Es regnet. Oh, rein hier. Oh Gott, oh Gott. Wo sind wir denn hergekommen? So, aber war das schon das ganze Haus? Oh, wow. Sogar ein eigener Ankleideraum. Mit einem Safe? Aber warte mal. Jetzt, wo wir hier drin sind, Emily, du musst die Zuschauer in Unterwäsche verabschieden. Oh, Lamy, warum tust du mir sowas an? Das ist doch total peinlich. Oh, yeah. Los geht's, Emily. Okay, dann zieh ich mich mal um. So, Lamy, ich bin bereit für die Abmords. Alles klar. Aber, Freunde, falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und tschüss. Tschüss. Tschaui. Hey, Freunde, ihr seid ja immer noch da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich hier abonnieren. Und auf dieser Seite findest du noch ein altes Video von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Tschüss.